Hallo, ich heiße Günther. Günther mit Nachnamen. Lustig, angenehm. Ich mache hier das olfaktologische Gutachten. Das Oleofakt... Nicht Oleo, Olf. Olfaktologie. Die Wissenschaft vom Riechen. Ich prüfe die Luft und erstelle ein Gutachten. Ein Gutachten? Wer braucht denn sowas? Sie. Ich? Ich komme im Auftrag aller Anwohner des Viertels. Es geht um die Müllrecyclinganlage, die hier um die Ecke gebaut wurde. Die Bewohner haben sich beschwert. Es würde an manchen Tagen stinken. Na, endlich geschieht mal was. Wird ja auch langsam Zeit. Wo haben Sie denn Ihre Geräte? Geräte? Na, Ihre Messgeräte. Sie wollten doch ein Gutachten erstellen. Alles, was ich dazu brauche, ist das hier. Ich rieche und entscheide. Und was entscheiden Sie? Ob Ihre Beschwerde berechtigt ist. Na ja, und ist sie denn berechtigt? Hm. Ich würde sagen... Schwefelwasserstoff. Riecht ein bisschen wie faule Eier. Aha. Riechen Sie denn gar nichts? Entschuldigen Sie. Ich bin ein bisschen verschnupft. Na ja, Sie sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Na, hören Sie mal. Das ist nicht bös gemeint. Aber Kinder können nun mal am besten riechen. Trotzdem, es gibt eine Menge schädliche Stoffe, die wir Menschen überhaupt nicht riechen. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss weiter. Seltsam, nicht? Wenn es stinkt, dann riecht das dieser Olfaktologe früher als wir. Wieso? Ist denn seine Nase besser als meine? Oder was? Wollen Sie es genau wissen, Herr Lustig? Ja. Weil Ihre zu klein ist. Deshalb. So ein Blödsinn. Die Größe der Nase macht es doch nicht, nicht? Aber was macht es dann? Das ist doch so. Geruch, das sind winzig kleine Teile. Moleküle. Die schwirren in der Luft rum. Und irgendwann kommen sie ja mal in die Nase. Und es spielt jetzt überhaupt keine Rolle, wie groß die ist. Wichtig ist, was passiert in der Nase. Und jetzt schauen wir doch mal rein in den Knaben hier. Das tut ihm ja nicht weh. Ja, da ist also das Nasenloch und ein Kanal geht weiter nach unten für die Luft. Ist ja klar. Da oben aber, etwa so groß wie eine Briefmarke, da ist so ein feuchtes Stück Haut, Schleimhaut mit Riechzellen. Damit riechen wir. Und das geht so. Die Luft strömt in die Nasenlöcher. Gar nicht mal so wenig. Pro Tag ein ganzes Zimmer voll. Und dann runter in die Lunge. Klar, wir brauchen sie ja zum Atmen, die Luft. Auf dem Weg nach unten wird sie noch angewärmt und gereinigt. Auf jeden Fall. Aber muss sie vorbei an den Riechzellen da oben. Die haben nun besonders viele davon, wenn man so schnüffelt. Ja, dann wirbelt die Luft so schön um diese kleinen Riechkolben herum. Und in der Luft sind ja die Geruchsmoleküle, die kleinen weißen Kringel da. Die schweben in der Luft und kommen vom Vanillepudding oder vom sauren Hering. Je nachdem. Sie lösen sich auf in einem feuchten Schleim und geben eine Botschaft ab. Vanille oder Hering. Und die Riechzellen dann geben es weiter ans Gehirn. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir sind alles Riecher. Wir riechen Kerzenqualm, Limonade, Kuchen, Sahne, Papier. Naja, bei Blumen haben die Insekten die besseren Nasen. Dafür können wir aber viel mehr Gerüche erkennen. Gerade beim Essen ist das unheimlich wichtig. Denn mit einer Klammer auf der Nase weiß man nicht, was man isst. Man schmeckt nichts. Glaubt ihr nicht? Na, dann machen wir mal einen Test. Oh, so. Muss das sein? Was sind denn das für Kinderspielchen? Das sind keine Kinderspielchen, Herr Paschulke. Dieses ist ein hochwissenschaftliches Experiment. Es geht nämlich ums Essen. Äh, ja. 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 Dann können wir drüber reden. Sehr schön. Erstmal aber muss ich hier Riechorgan ausschalten. Das zwackt ein bisschen. Au! Das ist ja die reinste Folter. So, dann nehmen wir zuerst. Jetzt, Herr Paschulke, Mund auf. So, und jetzt gut kauen. Nun, was ist es? Hm, was? Na, was die da kauen. Richtig wissen. Ich würde sagen, das war eine viereckig geschnittene Kartoffel. Fehlanzeige war nämlich eine Moorrübe. So, was haben wir denn zum Beispiel jetzt? äh, nein, 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 nicht fühlen. Das gilt nicht. Nur schmecken. Kauen und schmecken. Nun, was haben wir da? Melone. Vielleicht ein bisschen mehlig. Könnte saftiger sein. Auch wieder falsch, war leider ein Apfel. Tja, es ist so, wie ich vermutet habe, Herr Paschulke, Sie haben leider nur eins richtig geraten, alles andere ist falsch. Sie wollen mich wohl verkack eiern? Aber nein, hier, sehen Sie doch selber, die Liste. Sie können mir viel erzählen. Ich hatte ja die Augen verbunden. Nein, 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 nein. Wenn Sie beim Essen nicht riechen können, dann können Sie auch nicht schmecken. Hä? Ja, ohne Geruch kein Geschmack. Aber der Geschmack ist doch das Wichtigste. Wenn ich nicht schmecke, habe ich keinen Appetit. Wenn ich keinen Appetit habe, verhungere ich. Sie verwechseln da was, mein Herr. Ja, denken Sie doch nur daran, wie viele verschiedene Geschmäcker es gibt. Eisbein, Sauerkraut, Curry, Ketchup. Unendlich viele. Sie, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass es mehr Geschmäcker gibt als Gerüche. Wetten? Angenommen. Ich schlage vor, wir machen jeder eine Liste. Jawohl, eine Liste. Sie suchen verschiedene Geschmäcker. Verschiedene Geschmäcker, ja. Ich suche verschiedene Gerüche. Sag ich doch. Die schreiben wir alle auf. Ja. Dann treffen wir uns wieder heute Abend um sechs. Ja. Und wer dann am meisten auf seiner Liste hat, der hat gewonnen. Ja. Genau so machen wir es. So machen wir es. Ja. Für eine Geruchsexpedition braucht man zwei Dinge. Eine gute Nase und ein Diktiergerät. Die Nase ist ja nicht umsonst ganz vorne. Die Zertal, die Luft, wie der Bug eines Schiffes, ist das Wasser. Und so kriegt sie immer als Erste alles mit. Das ist ruhig, ja. Ist das alles für Sie? Da sehen Sie ja noch jemanden. Nein, Sie haben vielleicht einen Appetit. Notgedrungen. Das ist nicht zum Vergnügen. Das ist Arbeit. Das ist ein Abwässer-Gulli. Das war's. Das riecht gut. Das ist frisch gemähter Rasen, würde ich sagen. Ja. Frisch gemähter Rasen. Also, dann hätte ich gerne bitte eine Rindswurst, eine Bockwurst, eine Krakauer, eine Currywurst ohne Darm, eine Currywurst mit Darm, eine Thüringer Rostbratwurst, eine Bratwurst. Das riecht doch eindeutig. Das riecht doch eindeutig. Und eine Kacke. Warst du das? Wenn der sprechen könnte, der könnte mir eine Menge hier rein diktieren. Denn für einen Hund besteht die ganze Welt aus Gerüchen. Der sieht sozusagen mit der Nase. Hunde sind ja wahre Meister im Riechen. Und besonders der hier. Das ist ein professioneller Schnüffler. Fest angestellt bei der Polizei. So ein Zufall. Dieser Autofahrer hat beim Spazierengehen seinen Schlüsselbund in der Wiese verloren. Das wäre doch ein Fall für den Schnüffler. Da bin ich mal gespannt, ob er es schafft. Ja, da irgendwo müssen sie sein, im Gras. Das ist doch nur hoffnungslose Sache, oder? Ich meine, wer soll denn hier einen Schlüssel finden? Man sieht doch nichts in dem hohen Gras. Der Hund sieht auch nicht mehr als unser eins. Aber womöglich riecht da was. Tja, also hier, das ist doch unmöglich. Da kann er doch nie... Oh ja, doch, doch, da hat er was. Er hat ihn, den Schlüssel. Der roch wohl doch anders als das Gras. Ja, brav. Du bist befördert. Ja, jeder Pfiffi kann sowas natürlich nicht. Aber der hier ist zur Schule gegangen. Zur Hundeschule. Ja. Nun, pass mal schön auf. Na, nicht schlafen, sollst doch was lernen. Und das Ding hier ist das Lieblingsspielzeug des Hundes. Und da hinein kommt etwas von dem Stoff, den der Hund später aufspüren soll. Löcher sind drin, dass man was riechen kann. Und an diesen Geruch gewöhnt der Hund sich jetzt. Beim Spielen. Ja, er will doch sein Spielzeug wieder haben. Und jagt ihn jetzt immer hinterher. Er ist immer hinter dem Geruch her. Denn den liebt er jetzt über alles. Und deshalb kann er jetzt hier eingesetzt werden. Denn sein Lieblingsduft ist der Geruch von Sprengstoff. In dem blauen Auto da hinten ist welcher versteckt. Zur Übung. Für den Schnüffler. Na, ob er das schafft? Ja, klar schaffe ich das. Ich suche einfach nach meinem Spielzeug. Das riecht doch genauso. Na. Ja, ja, hier. Hier muss es sein. Hier setze ich mich. Das ist das Zeichen, dass ich es gefunden habe. Na, nun machen wir mal auf. Schauen wir mal nach. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist es. Ja. Das Dynamit. Er hat es tatsächlich gerochen. Nun gibt es eine Menge Spezialisten unter diesen Runden. Der eine für Sprengstoff. Der andere für Rauschgift zum Beispiel. Und dieser hier, der kann was ganz Besonderes. Hier ist vor kurzem jemand gelaufen. Höchstwahrscheinlich ein Übeltäter. Aber wo ist er hin? Das rauszukriegen, ist ein Fall für den Pferdensuchhund. Na, er findet die Pferde, das heißt die Spur, die ein Mensch hinterlässt, der durch Felder und Wiesen läuft. Wie das geht, das weiß nur der Hund selbst. Aber offensichtlich riecht die Spur anders als der Boden rechts oder links daneben. Na bitte. Der Böse ist gestellt. Seine Spur hat ihn verraten. Guter Riecher. Aber wie ist es denn nun mit dem Riecher des Nachbarn? Guter Riecher. Oh, noch nicht abräumten. Moment, Moment. Dies ist ein wissenschaftlicher Versuch. Ja. Nun, was haben wir denn da? Äh, Krakauer. Krakauer, eher fettig. Ja, Breslauer? Würzig, würzig. Mhm. Ketchup, äh, tomatig, scharf. Bockwurst? Bockwurst, äh, bockig. Mhm. Süßer Senf. Deprezina. Deprezina, yes, ja. Sehr scharf. Äh, ich darf mal, ja? Äh, Currywurst, natürlich. Curry, äh, Curry. Ja, äh, ja, das war's. Sie können jetzt abräumen. Schönen Dank auch. Schönen Tag auch. Aha. Ein ganz neuer Geruch. Tiere. Und Mist. Natürlich ein Bauernhof. Äh, 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 so viel verschiedene Gerüche. Äh, äh, und so viel verschiedene Nasen. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. I, äh, 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 aww. Jedes Tier hat seine eigene Nase. Meerschwein, Hamster, Katze oder Hase. Grunzen, schlomann, Nimmeln und Trompeten. Alle Nasen werden wir vertreten. Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn hier? Kennt ihr das Tier? Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn da? Ach so, alles klar. Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn da? Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn hier? Äh, kennt ihr das Tier? Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn da? Ach so, alles klar. Wieder eine, die ist voller Haare. Einer bläst auf seiner, die Fanfare. Eine ist zervorisch und voller Falmen. Einer kann mit ihr den Eimer halten. Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn hier? Kennt ihr das Tier? Schnüff, schnüff, wer schnüffelt denn da? Ach so, alles klar. Jedes Tier hat seine eigene Nase. Meerschwein, Hamster, Katze oder Hase. Stellt euch vor, es wird keine Nasen geben. Nichts zu riechen gibt's in unserem Leben. Mopetabgase. Ja, eigentlich gibt es nur zwei verschiedene Arten von Gerüchen, nicht? Gute und schlechte. Oder sagen wir mal, angenehme und unangenehme. Die angenehmen, ja, die sind eher appetitanregend. Oder sie machen ein gutes Gefühl, nicht? Die unangenehmen, das sind Warngerüche eigentlich, nicht? Zum Beispiel, ist das nicht, das ist verdorben. Ja, und dann ist die Nase auch sehr wichtig beim Orientieren. Manchmal sieht man etwas ja nicht, aber man kann es schon riechen, ne? Ah, und dann gibt es noch die schönen Düfte. Schon die alten Ägypter, lacht nicht, die hatten eben alles ein bisschen früher. Also, schon die alten Ägypter schätzten künstliche Wohlhörige. Nicht so sehr die schönen Damen, sondern eher die Priester und Könige. Der Duft machte das Volk fromm. Das hier ist ein altägyptisches Parfümlabor. Weihrauch, Sandelholz, Zimt und Lotus werden hier zusammengebraut. Auch Mumien wurden damit parfümiert. Na, die ollen Römer haben die schönen Düfte natürlich noch verfeinert. In ihren Luxusbädern zum Beispiel. So ein wohlriechendes Lotterleben konnten sich nur die reichen Patrizier leisten. Auf ihren Toilettentischchen standen immer mehr Parfümflaschen. Safran, Narzissen, Rosenöl, Pfeilchenessenz. Die Zutaten zu all diesen Gerüchen kamen damals aus Arabien. Auch die meisten Gewürze. Und die Duftstoffe waren ja Verwandte der Gewürze. Ein arabischer Arzt fand heraus, dass man ätherische Öle, also das, was so gut riecht, in Alkohol lösen konnte. Das machte die Parfümer haltbarer. Ja, und jetzt waren die Wohlgerüche nicht mehr aufzuhalten. Paris wurde zum Zentrum der schönen Düfte. Jeder, der sich's leisten konnte, benutzte ein Duftwässerchen. Nicht jedoch, um besonders gut zu riechen, sondern um nicht so zu stinken. Die Leute nämlich wuschen sich selten damals. Abwasserkanalisation gab's auch noch nicht. Paris war eine stinkende Stadt. Da half nur jede Menge Parfüm oder, in ganz schlimmen Fällen, das Riechfläschchen. Na, Nase zu und durch. Das war die Zeit der Parfümeure. Sie wurden reich und berühmt. Und rund um Paris entstanden riesige Anbauflächen für die duftenden Blumen und Pflanzen. Acht Millionen Lavendelblüten waren nötig für ein Kilo Duftextreit. Das war denn doch zu teuer und deshalb erzeugten Chemiker die Wohlgerüche künstlich im Labor. Das roch nicht schlechter und man konnte, und heute kann man's noch besser, den Duft genau designen. Und so haben wir denn heute, obwohl wir ja nicht mehr stinken, die passenden Gerüche. Für den Herrn, im Rasierschaum zum Beispiel. Und natürlich noch viel mehr für die Dame. In den Deos, in den Cremes, im Blindenstift. Auch in der Zahnpasta. Aber auch im Kornflakes und im Käse und in der Wurst. Überall sitzen künstliche Gerüche. Das waren noch Zeiten, als es nur sehr wenig schöne Gerüche gab. Wohlriechende Pflanzen, Kräuter und so. Räucherstäbchen hat's ja auch schon immer gegeben. Aber so geht's auch. Das ist viel einfacher. Zimtstangen verbrennen. Riecht herrlich. Der Herr Olfaktologe. Riecht aber gut bei Ihnen. Ja, sag ich ja. Leider stört's. Ach, wieso? Wir haben doch hier überall diese Sonden aufgestellt, die die Schadstoffbelastung messen sollen. Ah, ja. Und von hier, da wehen einfach zu viel Rußpartikel rüber. Das verfälscht die Messergebnisse. Ah, ich verstehe. Na ja, aber das ist gleich weggebrannt hier. Was ist das? Zimtstangen. Uraltes Rezept. Die gibt's überall. Ich hab sie mitgebracht von meiner Geruchsexpedition. Geruchsexpedition, ja? Äh, hier. Über 80 Gerüche hab ich hier drin. Und damit gewinn ich. Gewinn? Ja, ich hab mit dem Nachbarn gewettet. Ah, da ist er ja. Herr Porscholke, Sie sehen ja so unglücklich aus. Sie sind gut. Diese blöde Wette. Ich bin stinksauer. Aber warum denn? Hören Sie mal. Das Riechen, das ist umsonst. Aber für das Schmecken muss man teuer bezahlen. Hier, sehen Sie mal. Ach, ist das Ihre Lüste? Ja. Darf ich mal? Na ja. Da sind doch ordentlich viel Geschmäcker zusammengekommen. Was haben wir denn da so? Erdbeertörtchen. Mächtig süß. Ja, was sind Sie? Eisbein mit Sauerkraut. Salzig. Sauer. Logisch. Currywurst. Salzig scharf. Kaffee. Bitterlich. Also, wenn ich richtig verstanden habe, darf ich mal? Dann haben Sie darum gewettet, welcher von unseren Sinnen der vielseitigere ist. Das Riechen oder das Schmecken. Ja. Eine hoffnungslose Wette für den, der den Geschmack gewählt hat. Aber wieso denn? Weil wir nur vier Geschmäcker unterscheiden können. Nämlich bitter, salzig, sauer und süß. Aber wie kommt es dann, dass ich nur am Geschmack zum Beispiel Rinderbraten von Schweinebraten unterscheiden kann? Weil Ihnen Ihre Nase dabei hilft. Sie nimmt die ganzen Gewürze und das Aroma auf. Also ist beides wichtig, nicht das Riechen und das Schmecken. Auf die Kombination kommt es an. Pfff. 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 Also, Herr Nachbar, ich hab dann ja wohl gewonnen. Denn es gibt mehr Gerüche als Geschmäcker. Aber machen Sie sich nichts draus. Beides ist ja wichtig, nicht? Die Zunge und die Nase. Ach, da hab ich ein Rätsel für Sie. Was ist das? Es hat eine Wurzel, aber es ist keine Pflanze. Es hat ein Bein, aber es kann nicht stehen. Es hat zwei Flüge, aber es kann nicht fliegen. Es kann laufen, aber es kommt nicht vom Fleck. Was ist das? Na, ihr wisst es, nicht? Aber ich rieche, ihr sitzt immer noch vor der Glotze. Also, abschalten. Ja, tschüss.